hallo meine lieben leute und willkommen hier zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wieder hier in warfinder und diesmal mit dem panzer 4c ja was ist der panzer 4c es ist der erste panzer 4 den man bekommt kann in warfinder und es ist ein recht stabiler panzer würde ich sagen hat 230 mm nur in anführungszeichen ist für das BR aber komplett normal also es kommt alles normalerweise durch was man sieht dafür natürlich auf 1.3 ist es leichter zu spielen wenn man natürlich auch schon ein bisschen längeres spiel davor also in warfinder ist klar man spielt dann eben gegen eh anfänger muss man sagen die kanone ist auch recht gut gute nachleihzeit 3,5 sekunden echt schnell mit 52 mm durchschlag was zwar nicht die welt ist aber genug für die meisten auf dem BR und 102 kram sprengstoff die machen dem weh also den wenigen durchschlag auch wieder mal wettbisschen ich werde heute mal nicht die hit verwenden einfach nur aus dem grund weil ich bock habe nur mit der zu spielen hat eigentlich nicht mehr anderen sehen muss ich sagen hi werde ich auch nicht nehmen sorry das war mein handy und damit würde ich sagen wenn euch das video gefallen sollte lasst es mich vielleicht mit einem abo kommentar oder like wissen es wird mir wirklich sehr am herz liegen danke danke dafür wird mich nämlich sehr freuen und mein kanal sie unterstützen und schreibt mir bitte auch gerne in die kommentare welches fahrzeug oder eine challenge rein also ihr sehen wollt oder eine challenge eben ja und dann würde ich sagen wir sehen uns einfach im game ok ok advance to the line haben wir hier gezogen keine panzer rechts habe ich es doch gewusst habe ich es gewusst was magst du da überhaupt was mag was geht in dem kopf von dem typen vor das ist ein zweiter das ist wirklich noch ein zweiter da was was für eine kakerlake wirklich zweiter kenny ja dopey dumbo ok war echt im namen ah die panzer ist echt nicht gut die ist echt nicht gut und ich habe keine ahnung was sie da machen die spielen halt echt nicht objective habe mich nämlich verfahren ich wollte eigentlich zum objective fahren aber ja meine orientierungsküste äh küsste äh äh ja ähm boah wie zerreißend das team gerade hart oder nicht wir sondern eher meine teammates alter junge 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 ich glaub die spawn trappen die bald die haben halt echt keine chance gehabt mehr ab nem zeitpunkt haben die keine chance mehr der kenny wurde getötet von dem panther 2 ja durchlöchert durchlöchert da fängt es wieder mit close air support an diesmal kann ich es sogar vielleicht noch verstehen weil naja die lage von denen ist jetzt auch nicht gerade so so super das ist nichts kommen wir neben mir oder naja in der nähe von mir war aber nicht auf mich gerichtet glaube ich Panzer 3e der da herumfährt da ist zum glück keiner glaube ich okay 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 ich beruhig mich wieder lass es doch man lass es doch einfach okay dich hab ich echt nicht gesehen dich hab ich echt nicht gesehen alles klar tja noob noob heißt ja was sind das für namen gerade heute ja 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 ich bin nicht gerade der allzu best irgendwie irgendwie hab ich nachgelassen mit warfunden muss ich zugeben ich hab echt nachgelassen was das betrifft okay 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 cargo port gezogen neb nicht schlecht nicht mal so schlecht muss ich sagen wo ist das ding wo sind dann die gegner wieder wenn ich glück hab fahren die da alle wie die lemminge entlang wenn ich pech hab nicht okay da fahren schon die ersten äh wie weit ging der naja nicht so weit immer noch zu kurz war es gerade ein hit es war ein hit oh transmission ein bisschen höher noch ein bisschen ein stück höher ja nur ein crit wir haben keine also ich hab keine hi munition mitgenommen weil ich mir eben dachte ich will nur mit apg spielen wir haben ihn sehr gut sehr 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 gut warum da ist gar nichts ja da ist ein auto das stimmt äh sorry l3 hab dich ich hab dich eigentlich gerade nicht gesehen anwinkeln der l3 hat gerade sein Leben für mich hingegeben der hat gerade echt sein Leben für mich hingegeben track muss weiter ich kann halt nicht viel stehen bleiben das war okay wenigstens ein bisschen der track angeschossen hätte ich nicht gedacht dass ich den irgendwie noch treffe okay im fahren ich lass ihn mal brennen und bitte einmal noch aushalten ich bekomme ne Ghost Shell ich bekomme nicht im Ernst ne Ghost Shell das kann sich keiner ausdenken das kann sich was ist das für ein Spiel äh voll realistisch ja realistisch dein Arsch mit den Ghost Shells alter das haben die das haben die wirklich bis jetzt noch nicht hinbekommen ich mein klar im Lager hab ich mich gebracht aber die Ghost Shell die hab ich echt nicht selber ja wie vollzogen wie immer boah ja das war der Panzer 4 ich werd das Spiel ich werd das Video mal für heute so stehen lassen die Ghost Shell hat mir echt den Rest jetzt für heute gegeben tja falls euch das Video irgendwie trotzdem doch gefallen hat ich weiß auch nicht ich hab echt nicht viel Schüsse zu sagen das war ich ja es ist wieder heiß es ist echt wieder heiß weiß nicht warum es wieder so heiß wie jetzt es ist Herbst warum ist es so heiß es ist September naja wenn euch das Video gefallen hat irgendwie vielleicht ne Bewertung oder so dann wirklich danke danke dafür würd mich freuen schreibt mir bitte in die Kommentare ob ihr weiß nicht welches Fahrzeug ihr sehen wollt Challenge was auch immer würd mich sehr freuen danke danke dafür habt ne F habt einfach nen wundervollen Tag wir sehen uns vielleicht falls ihr euch das geben wollt im nächsten Video noch wieder ja und ciao